Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hempire, hier auf meinem Kanal der Mikeintosh. Ich hätte beinahe 60 Diamanten bekommen, es waren dann aber doch nur 5, aber ich bin trotzdem zufrieden. So, jo jo jo, dann holen wir erstmal hier die, na wie immer, erstmal, erstmal das ganze Geld und so holen. Hör doch auf! So, bampf, 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 bampf. Okay, gib mal das alles her. Ah ja, okay. Ne, das hätte ich gern nochmal. Oh ja, das ist gut. Und jetzt am besten hier an der ersten Stelle direkt. Ja gut, das nehme ich auch. Ok. Also wir waren hier mit Hindukusch beschäftigt. Machen wir uns mal ganz mühselig. Ok, also jetzt ist ja erstmal mein Lager voll. Das ist nicht so schön. Was ist eigentlich die Story-Mission? Ah ja, 16 Muffins produzieren. Mh-mh. 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 Machen wir erstmal vier Töpfe voll mit Haze, denn sicher ist sicher. Gut, die Lampe ist fertig, das ist sehr schön. So, um das abzugraden fehlen mir noch immer die 10 Millionen. Gut, ich wollte gerade sagen, dann repariere ich jetzt mal Schlaglöcher, um etwas zu bauen, aber ich stelle fest, mein Schuppen ist ja logischerweise voll. Okay, dann werden wir jetzt mal Zeug für die Klimaanlage verkaufen, das ist zwar auch hart dumm, aber irgendwo muss ich ja auf etwas verzichten. Damit ich Platz für andere Dinge habe. So, und dann weiß ich auch, dass mir der Bahnhof gerade relativ egal ist. Ne, wir nehmen lieber den Karton. So, jetzt habe ich wieder 15 Platz frei. Und das bedeutet, ich repariere jetzt Schlaglöcher. Und zwar tue ich das für Lampen. So, jetzt lasst uns die Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das waren anscheinend alle Aha! Genau das ist, was ich meinte Was ist das für einer? Bampf! So, jetzt habe ich wieder Platz Geil! Was geht hier ab? Hm, Chemdog, Wax, Sourdiesel Wobei, Chemdog würde hinhauen Aber Chemdog sind jetzt gerade die wenigsten Punkte Aber komm Pflanzen wir noch viermal Chemdog Das wächst ja glücklicherweise schnell Also auf jeden Fall schneller als Sourdiesel, glaube ich Wir würden beim Zug-Event besser abschneiden Wenn du mal aktiv mitmachen würdest Habe das Gefühl Dass nur ich Und vielleicht noch einer daran teilnehmen Okay, jetzt mal ein paar сеisterson Haben Sie flogen blurry Oder ob wir so Wenn ich ihr auf dem Seid ihr auf das Sourdiesel does dick W Ond� � Was ist dir Und natürlich Wobei Wie Was ist dir Und Dasί Da gibt es Was ist dir Ja Das ist dir fün 올라ge Da gibt's dir Was ist dir Ich So, also ich weiß, ich krieg es einfach nicht hin, weil alles so lange dauert. Ja, es ist wie ich schon vermutet hab, da macht halt nicht wirklich jemand mit, das ist hauptsächlich Felix, wenn ich mitmachen würde ich und vielleicht noch irgendjemand anders, aber wenn ich mal davon ausgehe, beziehungsweise nachgucke und ich feststelle, dass hier nur so ein paar Punkte bei rum kommen und manchmal gar keine, gehe ich wirklich davon aus, dass es wahrscheinlich nur Felix ist, der da Dinge tut. 20 Diamanten, das ist schön. Also, was haben wir denn jetzt hier alles, 10 Stunden, 12 Stunden, 14 Tage, Schuss, 21 Tage, Schuss, so jetzt sind wir nur 6 Leute, ähm, naja, gut, pass auf, dann machen wir das jetzt mal folgendermaßen, ich stelle das wieder auf öffentlich, einfach in der Hoffnung, dass dann ein paar Leute dazu kommen, die dann ja vielleicht doch mal aktiv sind.